Hallo, mein Name ist Manfred Brasch. Ich bin Landesgeschäftsführer des BUND in Hamburg und möchte mit euch auf die aktuellen umweltpolitischen Ereignisse schauen. Diese Woche hat uns aus dem Süden eine heftige Nachricht erreicht. Dort will die Hafenverwaltung, die HPA, einen Wald zerstören mit über 20.000 Bäumen. Es wurde eine erste Schneise geschlagen. Wir sehen diesen Vollhöfener Wald stark bedroht. Er soll als Gewerbegebiet entwickelt werden für einen Umschlag im Hamburger Hafen, den es eigentlich gar nicht mehr gibt. Der BUND wird gemeinsam mit dem NABU dieses Verfahren sehr sorgsam weiter vorantreiben. Wir haben bereits Klage eingelegt und wollen diesen Wald in jedem Fall erhalten. Was gab es noch? Airbus ist natürlich ein zentrales Thema in diesen Tagen. Das Aus der A380 ist in aller Munde und man muss sich wirklich diese Geschichte nochmal anschauen. Es wurde ein europäisches Schutzgebiet zerstört. Es wurde ein Dorf namens Neuenfelde gespalten für eine Landebahnverlängerung, die auch nicht notwendig war. Das ist ein Beispiel für Industriepolitik, das sich hoffentlich nie wiederholt. Dieser Flieger wird jetzt auslaufen. Trotzdem ist die Zerstörung natürlich da und bis heute nicht ausgeglichen. Wir erwarten von der Politik eine kritische Bestandsaufnahme und auch eine Entschuldigung an die Anwohner von Neuenfelde, die damals sehr viel durchmachen mussten. Trotzdem euch ein schönes Wochenende. Ciao!